ja hi und willkommen mein name ist dann die olp und ich bin mit dem mario master wir begrüßen euch zurück zur heft wir müssen immer ich habe gerade gemerkt steuert die ganze auf die falsche insel zu ich muss hier die sie an ansteuern ich glaube ich bin die ganze auf die hier los geht ich habe das auch gerade gegessen sind wir immer noch auf kurs dort natürlich wieder ewigkeiten ich habe ein bisschen um platziert besser sehen kann ja das glaube ich immer noch nicht besser wird selber machen ich setze mich jetzt hier einfach hin ist das ding jetzt noch bewegen würde wer noch besser aber naja ist es eben noch ein motor erstellen noch nicht noch ein bruch unsere planken gehen alle flöten wir haben noch genug planken mein gott wir haben hier 45 planken bäume da sind schon wieder fällig hier wo wir frank mal ich bekomme ich zähle mal jetzt die 45 planken ja wie wir euch fünf dinge bekommen ja von fünf jetzt an der hand ich habe jetzt einen baum abgeholzt ja ist ja gut da geht fünf planken pro baum anscheinend wie er aussieht ja vielleicht tatsächlich fünf planken pro baum also versuchen noch mal so fortgeschrittene dinge herzustellen ja da kannst du auch machen ich muss ja mal gucken ob er wieder in der insel feststecken ich hoffe nicht so nehme ich auch mal direkt die ganzen schrott was gar nicht mehr so viel ist wir bewahren uns nichts wir haben nur noch drei mal kunststoff klasse da vorne ist was klasse dahin ist auch kunststoff nicht getroffen genau nicht da gibt es nicht wieso bewegt dass wir sind uns eindeutig nicht am bewegen und warm ist ja ja und wer ist eigentlich baul und was zur hölle ist mit karsten großen wochen kusch dass das hier gar nicht gut aus irgendwohin kunststoff dann irgendwo da drin nirgendwo so ich habe ich habe drei batterien hergestellt die sind in der kiste drin und es wird zeit dass ich mich wieder um die ernte kann kann schon mal nach vorne paddeln wenn du bock hast uns bewegen irgendwie ich muss mich erst mal um die ernte kümmern er sagt ja wir haben ja keine immer keine dinge hier keine planken wir haben eine ganze box voll mit klanken jetzt man kann nie genug planken haben irgendwie erstaunlich dass ich mit einem kleinen mini paddler einfach mal gesamte festung hinter uns erzieht ja aber ein motor schafft hat nicht ja aber ich schaffe das ich bin besser als jede maschine hahaha kann es ja auch mal helfen ich habe kein paddel dann macht ihr eins und dann am pflanzen hier aber eigentlich ausreden ausreden und noch mehr ausreden große am baufläche noch mal nägel und polzen haben wir da ist eine große am auf welcher seil nägel zwölf stück und bolzen ok nägel aber vielleicht nicht so viel bewegen wir uns überhaupt vorwärts sind wir überhaupt noch auf kurs ja aber wir bewegen uns gar nicht man bei euch einen bolzen irgendwo war nur einer bewegen uns wirklich nicht ja also doch wir bewegen uns aber halt nur minimal ja aber die wellen jetzt hier gerade nicht mal schlafen gehen vielleicht tun sich dann die wellen ja dann ja weil sie hat das sowieso kaputt gegangen wo man sie ab jetzt funktioniert aber schauen ist eigentlich schon mein globus hier gesehen meine weltkugel sich da platziert eine schöne weltkugel schon seit letztem platziert da ist dann nicht wieder oben ne wirklich hin ich will keine suppe geweckt oder torte hier weg ja wie gut dass ich noch was zu essen habe ich auch ich habe noch zweimal heifleisch ich habe noch fünf suppen ich habe dann da hier meine weil ich eiskalt essen hier viele haben ein geweck ich will ich ja trägt eine milch mit groß und stark wird einmal du weißt wer wer von uns beiden größer ist naja ich hätte ich mal ananas haben und ja ich kümmere mich jetzt erst mal um die tiere kann sich mal bitte jemand um die tiere kümmern macht ja niemand außer ich so bewegen uns jetzt endlich ja wir sind weg von der insel ok das ist ein gutes zeichen das weiter und 200 2003 natürlich wieder abseits doch jetzt füge weg nein meine maus irgendwie klickt ihr nicht mehr richtig dann solltest du dir die war eine neue maus nein ich finde aber klasse die ist lautlos ja meine maus ist auch lautlos warum hängt hier ein pfeil mitten in der luft ich werde diese dinger nie verstehen wie die funktionieren wieso funktioniert ja ich verstehe nicht wieder sagen wir nicht ich habe keine sagen warum gehen wir nicht darauf zu weil sie nicht und warum ist ich ein pfeil in der kiste wir bewegen uns immer weiter weg glaube ich jetzt nicht ich bin nur die ganze gleiche richtung hier ich verstehe da echt nicht wieder funktioniert ich verstehe nicht wieder funktioniert ich auch nicht ich bin jetzt schon in jeder richtung ja ja hier kommen da du drehen so drehst das los nach links und ich drehe mich nach rechts jetzt auf kurs irgendwie wenn wir werde ich jetzt die ganze in die richtung in vater müssen müssen ja doch eigentlich funktioniert ja aber macht es nicht irgendwann sagt es sich so und jetzt im fall irgendwie nicht mehr auf kurs ja jetzt irgendwie nicht mehr da hätten ich schon wieder die große insel da muss ich wieder um die herum schwimmen und dann bin ich schon wieder abseits vom kurs ja und dann ist der dann ihre schon wieder sauer seht ihr das ihr macht den dann ihre noch sauer ist so dämlich sein werden die ganze bei den ganzen inseln an da muss ich erst mal wieder gucken wo müssen wir hin jetzt nur ich da die ganze zeit einfach nur dahin schwimmen muss ich irgendwie da haben wir so zur insel hin schwimmen ja wir müssen ja immer halten muss ja bei jeder jeder beschissene insel ja anhalten da muss ich mal wieder gucken so haben wir so ein netz wäre jetzt wir haben steuern wo ich erstmal wieder umschwimmen die insel ignorieren wir jetzt da ist glaube ich so gleich wo wir gerade waren aber aber wir können auch nicht aber so die insel ignoriert aber doch da können wir ich bin ja gerade am steuer so sieht ein planierer aus wenn er sich aufgeregt oder einfach nur genervt ist es ist irgendwie lustig anzusehen war mal wieder mit teilerz weil was was wir auch brauchen was tonschalen und ich habe welche ich habe die alle dabei macht die ganze suppen deswegen ja ich habe noch kartoffeln da wollte ich jetzt machen dass ich mache ich wollte es sei immer noch zu sehen dass wir auf kurs bleiben ja wir bewegen uns ja sowieso nicht jetzt muss ich wieder herum schwimmen irgendwie man geht wieder als den bach runter ja und jetzt ist dann hier und wieder sauer wir kommen zurück wenn ich eine harte rechts kurve so nein das war bewegen würden er gibt es einfach nicht doch bei roller wir müssen davon baue ich ein ach 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 was los ich habe mein mental spähne nicht ausgerüstet und der kam schon auf mich zu und ich habe die ahrs erst so spät realisiert dass ich den nicht mal abhalten konnte damit der wieder hier unsere teile hier weg fressen kann hast du dir gedenken blöde wir haben kein gott ganz hinten ist so einer sohn ist kunststoff ganz hinten ich das kriege kann ich sogar noch die andere stelle reparieren also ich war ein fahrer braucht man auch kunststoff ich habe das letzte kunststoff das heißt wir sitzen jetzt hier fest wunderbar jetzt mal irgendwie so platten direkt in die insel rein warte mal moment gibt es da um nicht auch noch einen handelsposten mit kunststoff aber keine würfel wir haben nur ein würfel also wir haben insgesamt vier würfel also wenn ich wo der handelsposten da war und damit bleibt wir haben gleich fünf mein gott so frustrieren wir jetzt sitzen wir hier für immer fest wird das jetzt unser schicksal sein dann hätte ich mal ein bonbon wir haben letztens so sauer bonbons so gut bonbons mitgenommen werden headbangers headbangers sind so zwei explodierende köpfe so center shops wir sind super sauer ja ein bisschen center shops da stehe ich ja gar nicht drauf ich nehme gerade ein blue ball blue ball wir sind irgendwie für zehn sekunden sauer und dann ist dann wieder ein sporn ja weil dann man muss halt so um die saure schale da darum damit man eine süße kommt genau tschüss insel voll schön mit dir tschüss insel also was lassen wir uns noch vertreiben und ich sehe darum den screecher nennen wir halt denn er halt ist das möge uns gar nicht war ja aber ich glaube dass das auch so 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 ein teil von dem let's play der auch mal passiert muss einfach mal so ein langweiliger part sehen möchte wollen wir können auch nichts machen wir haben keine ressourcen ja ich will die ganze die holzer hier noch nicht an blumen noch färben kann ich schon machen ein bisschen farbe farb dings ist auch fast voll dann haben wir noch blau blau oder blau blau den pflanzen ich werde mal das segel hoch hoch tun vielleicht bewegen uns ja dann habe ich auch schon versucht aber gehen wir in die andere richtung glaube ich dann mache ich wieder runter mehr werde ich mich jetzt zu den zwei türmen begeben jetzt auch wieder nix selbst die blumen sagen gehen uns ja aus mein gott ich glaube wir müssen noch mal wieder blumen sammeln ja jetzt mögen die botanien ganz weit weg wahrscheinlich ich habe ich habe doch da hier zwei vorgestellten aufgestellt und es sieht halt wirklich aus als ob die also als ob die mögen ganz unangenehme sachen mehr mit den vorgeschritten machen wir sind blau farbe ich stehe ich stehe jetzt ja mal was da kommt langsam sehr gefährlich dann unsere farben dran wer der hey oh mein gott ja wir können ja nichts aus ich habe keinen kunststoff sind ich weil ich weiß was ich jetzt mache ich werde ein bisschen fischen gehen unser höchsten punkt meine zunge fährt sich blau wegen den bonbon ja soll ich einen schlumpfen zum kurz gegeben oh mein gott das funktioniert wirklich ja ich habe auch schon gemacht aber ich glaube wir bewegen uns tatsächlich so ein bisschen wir haben nicht in die richtige richtung aber immer bewegen wir uns mal so was säge weg wir haben es irgendwie geschafft zweimal war diese eine jacht zu steuern dann werden wir auch bestimmt irgendwie wollte ich da gerade eigentlich aber auch irgendwie drüber steuern wo ich habe ich nicht checke wieder funktioniert mit dem seger glibber überhaupt stehen ja lieber kriegen dann kriegen wir durch seetan ja ja weil ich aber wo ich denn gerade aber ich habe welts gefangen let's go ich fange uns jetzt ein paar fischer ein machen und ich weiß dass du kein fisch magst die eier meyer für einsamen und die haben nichts zu trinken ich sage immer nicht mal warum denn ich bin hier am angeln ich frage mich ob die sterben können die 3 das nicht so dass einer unserer tierchen stirbt mein gott als vor allen dingen der weg ist der darf doch nicht sterben wir haben unser unser zimmer und unsere ziege weg ist der nur am meckern ist verstehe man ja liegen nur nur meckern sind sind laut 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 ich sehen ja die gibt es hier auf dem meer fahrmusik ja vorsicht der einkommt aber er klappt nicht ich will ich glaube dass diese folge einfach mal hier hier heißen wird entweder wir hängen fest oder kunststoffmangel ja ja wir müssen unbedingt es muss doch irgendwie sowas gehen damit bei uns hier oder unendlich kunststoff machen können ja ja und zwar ohne zu cheaten dann ist mir da irgendwas irgendwie sehe ich ja nur wenn ich wenn ich dahin gucke nachher rohe makrele frisch aus dem meer danke eine kleine insel glaube ich eine rohe makrele glaube ich habe gleich schon genug fische geangelt weil meine angel ist so gut ist so gut wie hinüber jetzt gezielt auf das kunststoff hier los million paddel bauen kannst ja allgemein 1 1 alles meint alles meint ihr blutigen anfänger ja wir eine kleine insel wir sagen hinter uns hinter uns ist eine kleine insel und ganz pilot naja ich bin ja schon die ganze wasser gefallen nein ich bin das wasser gefallen das wasser gefallen kann also mal ok 13 kunststoff weitermachen so ich bin durch das loch da gefallen weil wir fahren wir steuern genau auf die insel zu mein gott aber in fünf planken drin er hat fast fünf planken ja nur fünf planken dann zunächst ich versuche alles mitzunehmen was ich zu kriegen kann die netze sind auch alle voll ja ich habe drei mal kunststoff netz go so meine güte unsere planken box ist voll aber wir reagieren gleich bei sowas hier oder funktioniert halte ich mal bereit vielleicht den anker zu richten ich war kurz hier auf die insel kurz reingegangen davon also mann vorbeigehen wollte dann wieder zurück aufs los ja warte ich ja ich möchte ihm den anker nur floh steht ja ich wollte es nur toll zu kurz kommen wir weiter dann legte mal den anker ich muss hier noch muss ich noch ein bisschen was eigentlich auch nicht so dolle weiter geht's ich weiß wie weit weg sind 2822 ja genau ich habe gehört wenn man in eine richtung steuert dann irgendwann tut sich das noch mal resetten irgendwie ich weiß es nicht machen wir nicht in die richtige richtung gehäte ja da wollte dem nicht gemacht so ich fange jetzt erst mal an hier die fische auf dem grill zu schmeißen unsere große fische ein lachs für für dich und ein welt für mich ist klar danach tue ich noch ein paar fische auf dem grill und zwar einige bunt barsche davon habe ich jetzt glaube ich sieben stück gefangen zebra und brauche zebra und warum so klein eigentlich verdurste gleich warte moment na das sind fast da waren nur drei planken und ein blatt drin name aber warte moment ich verdurte doch gar nicht ich habe doch ich habe doch wasser melone warum passt nicht dahin ich sagte bescheid wenn ein lachs fertig ist macht hat der guckt mich so an so fertig dein lachs ist fertig ja sowieso der wälder der hat mich schon so ein gut der sagt so zu mir so was glaubst du mich so an das ist eine große insel und ich sehe schon den screecher du kannst deinen lachs macht mal vom grill holen damit damit wieder platz auf dem grill ist ja trotzdem hier geht es um das prinzip deswegen trotzdem kann aber ein treiber knauern hier ja fisch ist teil jeder gesunden ernährung das war eine deftige mahlzeit und sind wir in rückwärts mit den reinen wollen wir die insel erkunden ich weiß nicht man wegen uns immer weiter entfernt bei den einkommen jetzt näher dran 970 ja komm lichte den anker erkunden die insel diese insel wird wirkt so anders als die anderen irgendwie nicht doch irgendwie schon war was da noch alles hier ein lud ist genau gleich wie sonst auch immer haben da ist der handelsposten ja trotzdem wir brauchen sowieso kunststoff also nimmt und nimmt die müllwürfel für meldung geht zum handelsposten moment vergessen wir mal noch mal hat links anlte mit dem anker ja ja noch jung kein platz ich habe keinen platz ja ich kann gar nicht auf die insel nicht auch nicht ich muss auch wieder zurückkehren ganz viele fische in meinem inventar aus dem ist meine haken gleich kaputt ja ich habe den scooter auch gehört ich glaube der hat mich gesehen ich habe gehört wieder seinen stein geworfen hat ich habe ja dann nicht auf dem fluss geworfen ich habe ja unser fluss kaputt macht man macht die sau ok wir brauchen metallerz und schrott wir haben ja nichts schrott brauchen wir sowieso kunststoff erstmal erstmal muss ich mir neuen schrott halten machen kunststoff 21 vielleicht meine belohne aber weg meine sieben so waren wir denn die polzen haben wir noch holzen wir haben noch ein metall bang also nein ich glaube dann nutze ich den in den letzten jetzt der bombardiert unser ding was kommst du wie kannst du sagen da warte genau deswegen habe ich die tür mehr geworfen hat er unsere farm bombardiert na warte warum schießt der lautstück ich bin auf der gleichen höhe wie du weil willst du wenn er mal näher kommen würde zu mir und sich schon warten schwein leider ich halte doch gedrückt warum schießt er manchmal aber ein bogen jetzt aber nicht dass ein bogen kaputt ist ja ich habe noch neun war noch parat naja jetzt kommt er natürlich nicht näher jetzt wo ich hier bereitstehen ist klar er mein turm gesehen und hat angst bekommen ist er tot also was denn gerade angeschossen jetzt kommt wieder die musik nein ab was denn jetzt los warum konnte ich mich gerade nicht bewegen er hat mich hoch ist er oh mein gott ich habe ich habe den augen verloren oh okay okay ich merke schon da ist das macht ein schwein nein und das ist ich habe ich einmal getroffen von dem war zu schweinen ja da siehst du das neue symbol sind zwei stück cool also mal sterben okay so ein war zum schwein ist kaputt da oben das rohe fleisch und direkt hier vorhorn ist das zweite ist jetzt wieder tot ich glaube nicht ich sehe ihn aber auch gerade nicht da ist er ich sehen er kann stein auf mich geworfen er sagt da ist irgendwo da unten gelandet da kommt er zu mir da kommt zu dir oder geschlossen wieder auf dem bloß ich bin noch ich sehe bist du nicht auf ich dachte du bist auf dem turm warum schießt er immer jeder jedes mal wenn ich zum ersten mal den bogen anspann dann tut er so ein feier weg schießen da kippt er um weil ich folge stopp ich kann ihm wieder nicht loten ich lote ihn das genau wie mit dem blöden mögen jetzt ja ich kann ihn gerade auch nicht vernünftig loten so habe ihn gelootet denn wir haben ihn losgelöst so schrott 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 ich brauche auch ein metall schwer aber wir haben keine er hat ja ich bin gerade besuche aber da unten sind hier sage ich du mal nur so ja den tauchhelm ja schön ja ich habe keinen platz hier ganz ja voll entspannt ja aber da unten sind auch sehr ungeheuer schrott hermit aber kann man nicht kunststoff unter wasser finden fehler aufnehmen ok in einer nette aber fehler an eine feder drin geil cool da hat mich wieder mein inventar lernen ja da muss ich ja auch die ganzen federn hier rein na ja unsere klanken sind voll ich muss mir ich muss so jetzt kann ich mir eigentlich mal auf spurensuche machen unter wasser ich bin so voll der schrott oh mein gott da habe ich gehört mal wieder voll palmbetter es ist echt nicht einfach da einfach nur ohne metall sperren zu gehen es ist irgendwie nicht so einfach zu dir durchzudrinken mir reicht es mit der doofen dose ich versuche dann irgendwie an ernst ranzukommen aber irgendwie klappt es nicht und ich bin gleich tot das floss ist hier volle möhre am schwanken ich kann mich auch nicht richtig verteidigen da wir ja kein kein erz mehr haben also keine sachen nein ich habe ich habe nichts mehr für metall sperr ja weil der letzte beteilbar den habe habe ich habe ich tatsächlich für für den haken verwendet es sei denn ich gehe jetzt mit dem holzspiel wieder wieder auf die jagd ja ja bleibt nichts anderes übrig alles voll weil er hat hälfte spiel sie sagen ich immer nur hat inventar aus lernen ja so es wird wieder zeit wieder back to the basics i guess so jetzt hole ich mir den ei aber aber erst nachdem wir schlafen gegangen sind mal machen wir ja auch wo ich mir ehrlich gesagt auch lieber ersten taucher im holen nicht ganz ehrlich bin ja wenn ich auch tauchen gehen endlich ich weiß nicht wie viel gekostet habe ich glaube 6 nur würfel kannst du mir kannst du gar nicht garantieren hat er gar nicht kaputt geht hat er gar keinen schaden er hat gar keinen schaden ich kann es garantieren okay dann wo ich mir auch ein wenn der schaden genommen hätte ich mir keinen geholt ich ganz ehrlich bin so ich jetzt mal auf dem hei und da haben wir schon jetzt auch ein bisschen länger ich hoffe ich brauche nur sechs taucherhelmen vorrätig damit dann muss man den aus und turnen die wieder nämlich mann weg rüsten weil warum auch ja so wie lange kann ich damit unter wasser eine lange zeit ne scheiße ich bin gleich tot es ist irgendwie nicht so einfach mit dem holzsperren zu gehen wenn ich mal unter wasser ein bisschen gucken ja pass auf das nein da draußen sind hier ganz unten ist hier sind nicht sagen wir haben sie was gegen meine familie sind schwarz sammeln ist ja auch schon langsam notwendig das kopf war mein wegen die viel zeit haben wir eigentlich noch wir haben noch 19 minuten 19 minuten ich glaube ich sollte mir neue heilsamung machen weiter der erste schuss wenn ich meinen bogen anspannen zu dem automatischen fall schießen immer für mich wieso durch mal einfach extra verballern ich habe ein explosives schleim mehr gefunden exklusiven schleife die sind wichtig für mich irgendwie sehe ich hier kein heil gerade hier hat sehr tief nach außen glaube ich nicht so doll die idee ja er ist in meiner nähe aber ich glaube er hat mich nicht gesehen etwas metallerz das metallerz glaube ich nicht dass ein stein metallerz ist es anwenden ja genau ich sehe schon ich sehe schon da welche glaube ich habe es auch jackpot oder ich glaube ich habe drei das was ich habe ist kein metall erstes kopf war dann habe ich mal ganz hier runter jetzt gehe ich zu tief runter ich kann dir nicht helfen ja so nichts aber ich habe auch ton gefunden ton aber noch ich habe noch elf schalen hier und ich habe mir auch hier schön den schrott ein ganz bestimmt decken wo wir untertauchen mussten also es muss halt nur 100 meter sein naja aber damit findet uns wahrscheinlich irgendwie ganz bestimmte ecken irgendwie abgetaucht werden ja wahrscheinlich ja oh mein gott ich näher mich dem floss bist du da in der nähe ich bin gerade auf dem fluss dann heißt er ist irgendwo in der nähe oder so allein ist der heil irgendwie sieht er mich nicht na er ist gerade in meiner nähe und er hat mich gesehen ich kriege dich auch mit dem holz sperr klein habe ich auch schon mal geschafft ich will diese goldfische hier sammeln aber wie ich meinst du die puffer fische ich sehe dich hallo jetzt der kiste unter wasser sammeln sie ein habe ich bin da gleich tot dann schwimmen weg da habe ich mir auch nicht ja ich glaube ich werde ich sterben nicht so lange ich was da damit zu reden habe komme ich habe ihn unter kontrolle ich bin auch bloß ich glaube der der es gibt platz ich sterbe auch gleich hilfe wo bist du ich bin gleich auch los auf dem bloß ok ja ich habe ich kann er hat nicht helfen ich bin auch ein dritter hat keine sorge keine sorge keine sorge ich bin ich bin wieder fort oh mein gott ist es ist so so anstrengend wenn man keine metallwaffen hat ja genau ich habe mich mit teil hier schmelzen so wir müssen wieder runter schon hier ein oh mein gott das fand ich scharniere mein gott ich springe so ins war wasser und direkt auch mit dem offenen maul kommt daheim der hat gesagt so heidewitzger es gibt auch noch nachtisch wieder eine haie aus banjo kazooie haben wir schon wieder keine jetzt stimmt doch eigentlich du bist der denkt sich jetzt so er hat nur ein holz speer aber kann er mich nicht so leicht töten i have a taste for blood drei expositives pulver gefangen ja ja sehr gut gefangen genau also getötet ja du weißt was ich meine ja ich hab dir gerade noch mal 22 mal gestochert da ist er gleich tot hoffe ich zumindest noch mal zwei gestochert einmal in den kopf und einmal in den schwanz um eine bitte er ist tot zeit zum tauchen der kölns wasser schrott her damit darum bauen wir hier und schrott und metall wir brauchen alles aber irgendwie habe ich das gefühl für dass er doch einem gar nicht was er bringt oder oder zeugter damit drin und ich kann sein das ist ein stein ich will er macht schon schrott noch mal irgendwo wo man auch tiefer herunter gehen kann ich finde ich ja nehme ich nicht so bestimmt einige cool ort wo man runter gehen kann aber ich trinke naja weder los ein tauch zum beispiel hier irgendwas wie kiste war das ist kopf war ja ich gucke ob da irgendwo anders neuer ist alles mehr mit was nicht nieder und nagelfest ist darunter auch seht irgendwie nichts spezielles gerade wo man runter gehen kann ja auch nicht riesenmuschel das sand nehmen mit das noch ton nehmen mit da ist mein erster haken kaputt wieder platz im winter noch ein bisschen seetank mitnehmen mitnehmen so bestimmt irgendwie bestimmt noch wo man runter tauchen kann wenn ich gerade auf der suche da ist noch kunststoff im wasser her damit also mehr kunststoff noch mal her was hat da jetzt mal die ganze insel abtauchen den ganz besonderen ort das sieht immer so aus das wäre eine höhle aber hier ist nicht na gut kann man einfach besser tauchen das ist auch nicht schlecht ich wünsche die anderen dinge hätten auch irgendwie ein effekt hier die heim mit sehr gut und so der kopf meine ich ja so aber wenn du damit um spielstens dann greifte heilig nicht mal direkt bis einer von ihnen hatten wir nicht auch auch diese diskussion schon in dem part wo wurde erst mal so einen bekommen haben ja 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 sagen können wir ja nicht nehmen der heilkräfte ist trotzdem an das wissen dann weiß ich doch ja ich weiß ich habe ich habe nur gesagt wäre gut wenn der haie kopf irgendwie sowas hätte so ein effekt ja hat aber leider nicht mit herz auf vier stück die ganzen coolen sachen ich finde hier nur ton vier stück er war riesig ne ja ja er war so groß so meine güte ich war es ich habe es getan hast du etwa die stiefel mein geräußert in mir pc sondern so komisch aus was hat hier steine nicht an der wand und dann wasser tiefer runter gehen kann wenn wir nur sand warum finde ich hier nur sand nicht schwimmen schon um die insel herum und jetzt wird es dunkel ja man das ist ja gar nichts hier ist noch schrott das ton genug getaucht ich sehe nichts wer da da bin ich überhaupt weiter mit der insel erkundung ich sag schon wieder dieser schatten das sei gerade wirklich so aus als ob eine höhle wäre aber es war nun ja ich weiß denke ich auch die ganze zeit blumen mit bisschen andenken wassermelonen mitnehmen und ich habe keine axt wir sind noch eine menge bäume und wir haben keine materialien aber ich habe eine höhle gefunden ein bisschen schmutz hier hier ist was hier sind auf jemanden pilze so fluss ist vor allem schwanken wegen dem welchen ich hatte lampen am platz hier warum sieht man nicht vermeiden das ist noch ein warzen schwein herrlich hat da gott was ist hier gerade los ich mache weil sie auch mal das gesehen hat nein ich bin irgendwie so mein desktop hat man jetzt die ganze zeit gesehen wir so am flackern war so während das spielt ja also helfe der fluss jetzt schwank gerade volle möhre aber so ich bin wieder auf dem floß aber aber trifft mich die ganze hau ab rückzug taktischer rückzug aber auch keine verkehrte ah was ist los wir los jetzt habe ich das top ist nein irgendwie nicht aber irgendwie bin ich auch nicht am leben glaube ich weiß ja los ich glaube ich bin doch gerade in der animation ok jetzt geht es mir was ich glaube ich war gerade irgendwie noch in der animation wo ich irgendwie von dem bartens schwein irgendwie so weggelegt getragen wurde ja ich weiß nicht wo du bist ich bin am leben mir geht es wieder gut ach so hast du bist doch am leben na ja ja ich war irgendwie in die ganze in dieser animation wenn man irgendwie vom war vom schwein getragen vom warzen schwein umgerannt wirst ja und dann war ich irgendwie wohl vollkommen umspinnen aber ich bin auf dem floß ich habe keinen axt mehr ich auch nicht habe ich kann ich meine hersteller hatte war auch ich kann mir sogar herstellen ich habe auch material aber her für cool da knabbert in der nähe und so der hat hat schon der hat eine sekunde weggefuttert da haben wir schon kisten und so hat die eingesammelt hier eine höhle in der höhle und oben an der spitze höhle war ich gerade da komme ich gerade daher aber schon ganz oben dauerkisten denke ich ja ich kann auch gerade überhaupt nicht nach oben weil ich ich habe keinen platz dann gehe ich mal ein ich habe auch nicht viel platz aber so ein bisschen da gibt es auch mal eine kiste hier glaube ich glaube ich sehe schon wer passiert immer oder auch hier schon eingesammelt ich sehe nix ich glaube ich war ja schon oder du in der höhle war war ich drin war eine kiste ich glaube ich habe das den ort habe ich nicht gefunden tatsächlich ich habe ganz viel schrott gesammelt die du gezeichnet ich habe 77 irgendwie ist ja keine kiste irgendwo da war ich hier schon oder jetzt keine sorg zum flos und wieder weg nämlich handels posten schon weiß ich jetzt nicht gleich sei die kiste geh ruhig dahin ich bleibe erst beim fluss den 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 gestern irgendwo kester 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 bäre kester 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 warum nicht hier war ja noch gegartes fleisch drauf ich habe jetzt keine lust zu gehen so weit weg außer ich kann plötzlich ganz keine lust mehr wir sind da ganz hinten auf so eine kleine mini insel jetzt keine lust was dann bin ich voll nicht mehr weg aus der fahrt leicht das stimmt der part ist ja gleich zu ende da ist noch schrott unten direkt unterm floss ja ich muss hier gerade ein bisschen bisschen item management machen machen mein bro direkt unterm floss gewesen man aber ich bin die ball voll ich muss jetzt mal lernen wir können echt schon die planken jetzt hier immer in die presse reinpacken so viel wir haben so viele die waben ob sogar nicht so viele und die erstmal riesig jetzt mal er ist ja schon wieder waffen hergestellt jetzt und jetzt kommen wir in neue ernte rein 42 schrott endlich mal etwas nein wir haben nicht mehr zusammen wir haben keine anderen lassen keine melonsamen mehr das wollte ich sagen ich habe anders sagen drei stück jetzt jetzt brauche ich nicht mehr jetzt habe ich schon alle alle felder felder bepflanzt ich habe ein fleisch denkst und platzieren also das ist diese hähnchen keule ja die seien keule und die auch wir haben wieder eisenherz beteil als meine ich irgendwie jemanden knallert ich habe keine planken dabei warum habe ich keine planken da eine ganze kiste voll damit ja ich weiß die immer ab sollten da war immer voll mit bei mir gleich ist hier nicht fertig ich habe so viel essen bei mir ja und ich dachte ich bin bin derjenige der hier immer noch hat kann ich noch seine anbaufläche einpacken wenn wir schon dabei sind zwölf nägel ein bolzen mach aber zwei stück können ein passen da war die zwischen die ganzen fische mal hier in die die essenskiste und zwei bolzen noch mal zwei anbauflächen hier ist dann war ganze dinge voll aber acht stück sind fünf mal ach da sind 40 planken pro ernte 40 planken pro ernte jetzt endlich mal wieder so ein bisschen mein inventar geleert okay ich glaube das ist gleich schon der zeit ist ja dass man muss ich einfach brauchst noch fleisch nicht wirklich weil wollte ich sagen alles jetzt noch in unsere essenskiste wir haben so so viel fleisch also verhungern tun tun bin ich das ist ein zeichen dafür dass wir viel gekillt haben sind unsere ganzen wasser leer weiß ich nicht hier wissen wir jetzt wissen wir jetzt wird ich damit erschießen wollen oder oder hier da kann auch zu meinen kleinen hier wissen wir wissen den melonen oder bisschen napfel oh mein gott bauen sie die leer sucht die ganze auch schon am wasser ja da muss dann ausgenommen so am besten doch so eine reihe immer 16 wenn man nimmer planken probleme sieht man zwar jetzt alle durch die wände soll es die blätter war eigentlich hier von denen ich sehe sieht man die blätter alte habe ich auch schon vorher gesagt wir haben wir haben wir suchen so ein gutes wirtschaftssystem naja dass man nochmal eine story und so weiter kommen da will irgendwie nicht so die batterie lehrer die batterie ist leer von dem von der presse regale am befehl ich glaube wir haben keine mehr übrig doch wir haben auch wir haben eine menge batterien ich habe drei hergestellt oder man so da kommt wir wir müssen den bad beenden ja also runde so ein ton weg packen das stimmt ich habe ich habe noch wolle unglaublich flauschig wieso habe ich dann jetzt schon wieder keine pfeile wiesen hat schon wieder passiert weil wir die ganze auf dem scooter geschossen haben haben oder warzenschweine und alles mögliche was uns umbringen wollen wir wollen würde ich habe auch nur noch zwei pfeile machen wir haben 20 suppen ja ungefähr fast und seht ihr unsere ernte an das wuchert schon über das gezeichnet ich weiß nicht warum wir die ganze zeit zu viel bolzen haben aber ich finde es gut ein haken auf standby aber die gegrillte rübe ich stehe deutlich über die nachher unterschätzt meine macht ich unterschätze also deine macht ich habe ich habe ich habe pfeile hier bogen schon gespannt und du hast nicht worauf worauf ich gerade hatte ziele was sag ich die doch nicht und gleich kriegst du doch ein pfeil ins knie ich habe ja schon dreimal stein gegen kopf geworfen übrigens aber überhaupt nicht überwärter das perspektiven mehr mäßig dann ist du stellst du so als ob du nach rechts werfen würdest ja gut dann sehen wir sind beim nächsten mal wieder von graft und schau